Man kann heutzutage mit seinem Gelde nicht vorsichtig genug sein. 100 Taler. Da, nehmen Sie doch. Ich heiße Frau von Warenhelden. Kommt woher, gnädige Frau? Von meinen Gütern aus Sachsen. Lieben Sie mich noch, ja oder nein? Ja oder nein? Nun ja. Ja, ja. Geduld! Ich kann nicht warten. Ich bin sonderbar. Du kannst mich nicht verstehen. Das ist die Liebe. Mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa. Das ist der Kreis auf der Schuld. Muss keiner mehr schultern. Uäh! Uäh! Mathias schon mal an. Das ist die Kulpa. Ihr verbleibt mit 5 Uhr und 10 Uhr. Vielen Dank.